Jo Freunde, willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Gleich wird gestreamt, 10 Stunden streamen oder so, muss ich mal sehen. Ähm, erstmal ein super Smash Bros für die Wii U, Wii U-Battles, ihr könnt mich gerne herausfordern, können mal ein bisschen smashen. Und, ja, später vielleicht noch ein bisschen Hearthstone, müssen wir mal sehen. Außerdem möchte ich euch, ähm, noch auf den Discord-Server aufmerksam machen, ich hab jetzt noch kein Video dazu gemacht. Die Twitter haben mir verloren, die haben es vielleicht schon mitgekriegt. Hab ich auch angeheftet, also ihr findet den Link auf meinen Twitter, aber ich kann euch auch nochmal in eine Videobeschreibung packen. Vielleicht schaffen wir es ja, irgendeine kleine Community aufzubauen und ich hab halt einen Server erstellt. Könnt ihr miteinander reden, ihr könnt mir Fragen stellen und ich poste da vielleicht mal News rein und wenn ich streame und 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 und. Könnt ihr gerne joinen, falls ihr Discord habt. Discord ist halt das bessere Skype, ich kann es jedem nur ans Herz legen. Und ich hoffe, die meisten sehe ich beim Stream. Also, bis gleich.